Mein Name ist Thomas Jordan, ich bin im Landesverband Sachsen-Anhalt der Direktor für Hamburger Jutsu. Hamburger Jutsu ist eine junge Stilart im DJJV. Im Hamburger Jutsu machen wir Würfe, Schläge, Stöße. Es ist besonders geeignet für Jugendliche Jutsuka, Jiu-Jutsukas, für Frauen und für Senioren auch. Alles, was wir im Jutsu haben, wird mit dem Meterstock noch unterstützt. Untertitelung des ZDF, 2020